und schießen ist das Kampfgewehr gut? alle eingekauft? ja ist das Kampfgewehr gut? das ist ja ein Standardding ne das hab ich jetzt ja erst ne das konnte ich mir vorhin kaufen ich war ja Muni kaufen im Laden zwei andere Waffen konnte ich kaufen oder weil ich jetzt 79 bin oder so keine Ahnung 71 ok wir sind letztes Mal einige Level hochgekommen ja ab Level 70 hast neue Waffen freigeschaltet mal Kampfgewehr, Kampfgewehr ah es geht ich bin die Karabiner immer noch mit am besten obi hast du schon mit den neuen Waffen gespielt bei players? nee wirds gar nicht mehr so? doch aber ich hab noch keine gekriegt von den neuen ok ja das geil ist die Glock kann man ja jetzt auch mit Visier und allem ausrüsten ja klar Alter unterm Anhänger durch nee nee bei dem Auto stand nur einer aber der hat unterm Anhänger durchgeschossen bei mir auf die Beine also wer will Lkw fahren? ich fahr ok du und Bobby wenn ihr wollt könnt ihr das Motorrad von mir nehmen steht da vorne nee das tue ich mir nicht an Schatz kommst du? ja ja da und sie rann weg ist äh üblich Frau hallo ja renn im Kreis renn weiter vor mir weg wir brauchen langsam mal ein bisschen Hilfe ja ich musste erst mal zwei Runde im Kreis Anna hinterher fahren Alter was ist halt da vor uns lang aber meine Reifen sind kaputt keine Schuss in ihren Reifen keine Ahnung anscheinend nicht an dem Auto wahrscheinlich noch nicht ich hab nur noch einen Reifen ich hab nur noch einen Reifen ah ok ja das ist scheiße dann lass Auto stehen und nehm ein anderes ja ok aber Mission ist jetzt eh beendet ah voll die kurzen Missionen dafür dass man bis zu sechs Spieler machen kann mhm aber dann zieht erstmal so einen Hydranten hinterher kommt demnächst auch ein neuer Insurgent zum kleiner Kombi in deren Sicht er kann auch schießen ja wieder Haftbombenkills wieder Haftbombenkills Vielen Dank.